Neumarkt lädt ein in seine gute Stube zum Altstadtfest 2019 vom 14. bis zum 16. Juni mit über 50 Bands und Gruppen. Kulinarischen Genüssen für alle Geschmäcker. Großem Rahmenprogramm mit Führungen und Ausstellungen. Mittelalter treiben im Stadtpark und Kinderprogramm am Sonntag. Das Altstadtfest 2019. Hier trifft sich nicht nur Neumarkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017